einen wunderschönen guten tag mein name ist bim und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem let's play bridge project ja letzte folge habe ich ja dieses wunderwerk aufgestellt hat aber gehalten auch wenn es halt wirklich potten hässlich war und mach mal weiter schluchten 8 krass wir haben jetzt hier wieder solche beton dinger was haben wir haben 500 meter stahl 40 meter fahrbahn 600 meter eisen 50 meter beton und das fährt rüber drei busse eine lok mit zwei wagons die autos und dann das ist glaube ich der wirbelsturm gewesen wir bestimmen stufe 2 wirbelsturm sage ich schon wieder harry ken ok warum erst mal wieder heißen strecke was das wird das wird ganz interessant denke ich wegen den beton feiern 50 meter hammer also wenn man so bauen können wir zwei bauen davon so sicher fast mal machen wollen noch mal so am besten mittig das ist dumm wir machen das hier hin dass das ist gut gefallen so haben wir noch ein meter übrig beton dem buch man dann nicht mehr sie einfach so hier machen und dann schon mal ausprobieren ob das vielleicht schon erzählt ich finde erstmal dass das recht solide aussieht um ehrlich zu sein das einzige instabil ist höchstens das hier aber wir haben ja hier rechts und links und überall anbaupunkte also ich bin ja sehr zuversichtlich dass wir das vielleicht ganz gut schaffen würden könnten die brücke mal gucken weil die lok ist halt scheiße naja die lok die habe ich schon fast wieder vergessen was freut mich auf jeden fall ja aber den windsturm sollte doch jetzt hoffentlich schaffen also der windsturm wenn die autos werden dann denke ich kein problem mehr insofern hat sich schon wieder irgendwas kaputt gegangen ist das weiß ich nicht das habe ich aber hat nichts gesehen was irgendwie raus ist krass also wenn wir das jetzt schaffen da sehe ich mich im ranking weiter vorne auf jeden fall cool hab ich nicht davor ausprobiert oder so ich mir ganz alleine jetzt spontan überlegt ganz ehrlich ich bin jetzt erstmal das ranking gespannt was hätte ich irgendwas besseres erwartet wahrscheinlich haben das auch leute hinbekommen in dem sie nur ein pfeiler gebaut haben wahrscheinlich dann die in die mitte einfach ein pfeiler gebaut und dann das so miteinander verbunden aber gut egal naja schade nächstes level schluchten neun drei panzer fünf autos zwei busse drei autos 600 meter eisen 200 meter kabel 1000 meter stahl und nein das wird schon wieder so ein ding wo ich was prädestiniert dafür ist dass ich hier einen riesen eiffelturm drüber bauen sie wurden irgendwie hier sind anbaupunkt und hier sind eine hier unten ist keiner mehr ok dass man wieder heißen da bin ich ja mal gespannt jetzt ach mist dann mache ich lieber so hier und dann treffen wir uns dann da bitte ich glaube nicht ja hier treffen uns nicht in der mitte mensch will man kurz was testen ich will erstmal sehen wie weit wir da hier logisch weiter kommen das geht mal hier hin bis hierhin kriegt man das wirklich dann machen wir das doch mal ok aber wird es nicht mehr sinn machen dann hier noch ein punkt zu setzen zufällig ich denke fast so hier ich habe halt nur angst dass das jetzt schon wieder so ja aber das ist eigentlich nicht schlecht würde ich rechts jetzt auch mal machen wollen hier haben wir noch so ein ok so das hat man nimmt erstmal heißen wir haben sogar kabel sehe ich gerade wieder ganz vergessen tja nehme ich noch mal stahl einmal 700 meter stahl also das ist ja auch schon richtig es ist schon ok wenn man hier ein bisschen mehr verwendet ich bin natürlich jetzt eine bogenbrücke bauen noch das sind dann nicht mal erstmal so hier ich muss es immer ein punkt weitermachen so hier cool oder ist das parallel ich glaube also das ist gerade nee ist nicht gerade oder doch das ist gerade glaube ich ach keine ahnung ich glaube es ist nicht gerade scheiße scheiße keine ahnung ich lasse das jetzt einfach mal so so zimmer eisen verbinden das mal gucken einfach mal was passiert ich habe nicht viel hoffnung das ist doch scheiße das ist doch scheiße jetzt schon wieder was ich gebaut habe ich sehe das doch von hier das hält schon mal wohin die drei panzern problematisch ja das ist manchmal recht easy hm also bose schafft die eigentlich besser als ich gedacht hätte die drei panzer werden halt dann echt interessant schauen autos sind auch easy doing und jetzt drei panzer guck mal guck mal guck mal guck mal komm schon scheiße das wird nie was oder brauche ich mich ganz ehrlich hätte ich nicht gedacht dass es klappt auf anhie bei so toll finde ich jetzt nicht aber anscheinend hat das doch irgendwie sinn gemacht ich weiß jetzt immer noch nicht ob das hier gerade ist keine ahnung irgendwie knick in der pupille haben knick in der optik aber die platzierung ist in ordnung und wir haben und wir haben 1000 meter stahl 300 meter kabel 50 meter fahrbahn 300 meter eisen wir brauchen erstmal die fahrbahn wobei ich teste erstmal wieder hier von unten also wenn es wieder bis hierher kriegen ich mache diesmal nur bis hierhin denke ich glaube ich weil das wird mir auch bisher herbekommen an die halt ne bis hierhin ok dann machen wir es mal so oder ne ich mach es mal so oder ne mach es so alter so hier das hätten wir und jetzt nehmen wir erstmal eisen und schauen wir mal was das jetzt hier wird erstmal muss ich hier die mitte finden so hier? ne das ist dumm ich weiß es gerade ich mach jetzt erstmal wieder ich mach jetzt mal so weiter hier mit dem gerüst keine ahnung ich mach jetzt mal so ja hier verbinde ich das jetzt erstmal so miteinander so schlecht kann das jetzt nicht sein hat mal mal Stahl so hält das jetzt schon? Tatsache es kommt nichts sehr schweres drüber ne das schlimmste sind wahrscheinlich die zwei Busse oder halt der Hurricane mal gucken ich weiß nicht, das hier hätte man vielleicht auch noch miteinander verbinden können mal gucken vielleicht geht das jetzt ja schon ich finde es sieht aber erstmal ganz solider aus um ehrlich zu sein also ich bin ja jetzt wenn ich jetzt sehe wie die zwei Busse drüber kommen doch recht zuversichtlich dass das was werden könnte ganz schön pink ja nö aber es scheint zu halten es kann natürlich sein dass hier wie irgendwas rausgeplumst ist aber so die Autos aber da bin ich eigentlich recht zuversichtlich ja nice, 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 hat man geschafft ja aber so langsam werde ich vielleicht auch ein bisschen besser ich weiß es nicht könnte sein hätten wir Wertrekorde dann schauen wir mal ja nicht schlecht 1300 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. ja ne passt es in Ordnung und so also in den Top 2000 immer drin Next Level Schluchten der nilf 12 Level gab es jeweils immer ne alter 80 Meter so heavy ähm ja fangen wir erstmal mit den Eisenstallbahn anhöern so puh zu interessant 80 Meter wir haben halt wie solche Betonfeiler Was ja schon mal ganz cool ist, ich werde da denke ich auch wieder mehrere bauen, hier wird es auch notwendig sein, also hier klappt das nicht mit einem Pfeiler Das kann ich euch sagen, aber man hat ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten hier was man bauen kann, also eigentlich Das Problem ist immer wenn ich sage, das kann jetzt eigentlich nicht so schwer sein und es kann nicht so lange dauern, dauert es immer lange Das ist immer das Problem, deswegen sage ich es jetzt nicht So wie viel haben wir denn? 60 Meter Ja, dann mache ich 2x30 Dann mache ich so hier hin 27, anders geht es nicht Die Frage ist halt, wohin? Das ist halt echt die Frage, ich würde es hier hinsetzen Ist das notwendig? Ja doch, ich würde es hier machen So Probieren sie erstmal, ich baue den jetzt auch schon, wir können die dann wieder weg Ich weiß es nicht Stahl Mitte verbunden, sehr gut, das war mein Plan Hier auch Was ist denn, das bricht das in der Mitte dann zusammen? Ja Welche Überraschung So Und das genauso rechts jetzt nochmal und dann würde ich das nur irgendwie miteinander verbinden und dann denke ich hoffe ich, dass das halt So hier hin So hier Stahl Die Mitte wird halt noch nicht halten, ne? Und deswegen würde ich halt eine Soja machen und hoffen, dass es ausreicht Ah So jetzt Gucken wir mal, es kommt halt eine Lok drüber, das können problematisch werden, aber ich finde das sieht erstmal ganz okay aus als Grundgerüst Wobei ich ehrlich bin, ich wüsste gar nicht, was ich da noch so großartig dann dran ändern sollte, wenn das jetzt nicht ausreicht Wir haben zwar nur über 10 Material, aber ich könnte da nur wieder einen Eiffelturm bauen Möchte ich eigentlich nicht Ich möchte eigentlich keinen Eiffelturm bauen, sind ja nicht bei SimCity Da würde ich gerne einen Eiffelturm bauen Na komm Oh nein Und ich war jetzt schon super zuversichtlich, was ist denn da jetzt rausgefallen? Was kommt denn jetzt noch? Fünf Autos? Ah, das ist hier unten rausgefallen, hm? Oh nein Oh nein Hä, ist die noch ganz? Oh nein, da ist die Straße rausgeplumpst Scheiße Ach Gott, ey Das ist ja wieder so Straße rausplumpsen, das ist wieder so ein Bullshit-Scheiß, wo ich wieder Ach, keine Ahnung, was mich einfach aufregt, weil das nur so random-mäßig irgendwie ist Könnte halt so jetzt hier noch machen Und halt das versuchen, noch eine Bogenbrücke zu bauen Keine Ahnung, so hier einfach Also es ist auf jeden Fall belastet, was ja nicht gut ist, ne? Also das heißt ja, dass es dann irgendwo die Belastung wegnehmen dürfte Verstehe ich zumindest so Aber eigentlich sieht die doch ganz cool aus Oh nein, das reicht dafür nicht Naja, gar nicht mehr Eisen Aber die sieht doch eigentlich ganz cool aus vom Gerüst her, finde ich Ist halt doof, dass wir jetzt hier Eisen nehmen müssen Also mir gefällt die Brücke Das muss nochmal Die Lok ist ja drüber gekommen, ne? Die hat halt ein bisschen was kaputt gemacht, ne? Der Erdbeben hat dann den Rest übernommen Ich weiß nicht, ich glaub das ist, äh, zumindest, äh, ist jetzt stabiler Weil das scheint sich irgendwie besser zu verteilen Einfach was Tut, tut Hier kommen die Eisenbahn Schauen wir mal Ja, die müsst ihr eigentlich schaffen Die Frage ist nur, wie viel die jetzt kaputt macht dann Oh nein, das ist genau das gleiche wieder passiert Boah, krass Ja, genau, Erdbeben Jetzt sind sie nochmal richtig, richtig ein in die Fresse hauen Zusätzlich so Wenn die Brücke schon am Boden liegt, nochmal reintreten Alles klar Na gut, Leute, würde ich sagen, dann mach mal an der Stelle erstmal Schluss Würde mich freuen, wenn ihr da auch nächste Folge am Start seid Dann muss ich mir aber echt jetzt mal eine Birne machen Wie ich die Brücke hier machen, wo ich es schaffen möchte Muss man mal gucken, muss man mal gucken Weil dann muss ich auch die Pfeiler ein bisschen anders setzen, oder so Ich weiß es noch nicht, muss ich mal schauen Diesen Sinne würde mich freuen, ne? Wenn die nächste Folge, das glaube ich jetzt zum zweiten Mal Ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr in der nächste Folge dabei seid Also bis dahin, macht's gut, tschüss